Meine Mama bringt mich jeden Abend ins Bett. Ich liebe es, wenn Mama und ich uns ein Buch angucken. Sie macht immer so lustige Geräusche. Wenn es dunkel wird, bekomme ich manchmal ein bisschen Angst. Deshalb hat Mami mir ein Bumpli geschenkt. Mami sagt, da muss ich nachts keine Angst mehr haben. Bevor ich einschlafe, schaue ich, ob mein Bumpli noch da ist. Manchmal wache ich nachts auf, weil ich Durst habe. Früher musste ich meine Mama immer ganz laut rufen. Aber wenn sie dann kam, sah sie immer so müde aus. Aber weil ich jetzt mein Bumpli habe, finde ich meine Flasche von ganz alleine. Mami sieht morgens gar nicht mehr so müde aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020